Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paterapeut, beziehungsweise Nutzelore. Und ja, heute haben wir wieder eine Mail, du kannst auch zu viel Fragen schicken oder ein Formular auf liebeschiff.de und heute haben wir das Thema Wut. Also wenn du so in etwas unglücklichen Beziehungen warst, auch gerade wenn du vielleicht ein ganz netter Mensch bist, können einen Menschen, die nicht nett sind, können einen völlig aufreiben bis zum Nächsten, bis zum Gehtnichtmehr. Und wir haben wieder so einen Beziehungsstart, der schiefgegangen ist und wo dann auch eine Sache passiert, wo man am liebsten dem anderen an die Gurgeln möchte, sage ich mal. Und ja, also wie geht man damit um, ist dann so die Frage. Gut, dann gehen wir mal rein in die Mail, würde ich sagen. Also von Nadic Kolar und sie schreibt, lieber Hemschi, ich folge seit geraumer Zeit und sitze hier und mein inneres Kind tobt vor Wut. Also ich müsste auch nicht immer inneres Kind, könnte einfach sagen, ich tobe vor Wut. Ist doch egal, welcher Anteil das ist. Apropos übrigens, fällt mir gerade ein, weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber wir haben noch drei, vier Tickets für die Liebeschipparty, hoffe ich zumindest, und noch ein paar für Wien, wenn ihr danach kommen wollt. Gut, hab nach einigen toxischen Beziehungen, ich war auf beiden Seiten einigen deiner Kurse gemacht und einen Mann kennengelernt. Ja, es war schön und nicht so toxisch wie sonst. Nach einem Dreivierteljahr etwa habe ich mich getrennt, weil es sich nicht auf etwas Tieferes eingelassen hat. Ja, also es ist super, wenn ihr Kurse kauft natürlich und euch arbeiten wollt und man muss sie nur eins zu eins, das ist eigentlich immer das Hauptproblem. Ich verstehe das aber auch total, ich weiß, dass es immer, man denkt immer, ja, ich habe es irgendwie verstanden und so und dann mal dieses eins zu eins umsetzen. Das bringt dann häufig den Erfolg so und es sollte nicht, ich weiß jetzt nicht, wie deine Standards sind, vielleicht bist du da ganz locker oder so, aber aus meiner Sicht sollte es nicht, die sind übrigens wieder die berühmten 200 Tage hier oder fast ein bisschen mehr, sollte nicht ein Dreivierteljahr brauchen, bis klar ist, ob jemand in eine Beziehung will oder nicht. Das, wenn, weiß ich nicht, das nach, das zeichnet sich ja sehr schnell ab und es ist wirklich dieses, also ein Weg, das zu bekommen vom Universum, was ihr euch wünscht, ist das abzulehnen, was ihr euch nicht wünscht. Und wenn jemand, selbst wenn jemand hot ist und aussieht wie Xavier Bardem oder ich weiß nicht was, keine Ahnung und er sagt aber nach ein paar Dates so, ach, ich weiß auch nicht und vielleicht will ich doch Tinder durchspielen und was weiß ich, lass das. Man braucht, müsste keine weitere Bestätigung haben. Also diese, da kommen wir auch noch öfter zu und erwählen heute, diese Härte zu finden, ne, das ist meiner Ansicht nach sehr wichtig so, ne. Das hört ihr nirgends wo sonst, sondern es immer nur, öffne dein Herz, Schibidi-Dum-Dai, äh, meinen Honig geballter Schmetterling, finde deinen Seelenpartner. Ne, ich sag euch, werdet fucking härter. Hier sind so viele zu nette Menschen und ich weiß, wie das ist, wenn man zu nett ist. Ähm, man wird komplett übergemöngelt im Museum, du wirst ausgenutzt von vorne bis hinten. Ich hab die Welt nicht gemacht, ich sag euch nur, wie wir sie handeln. Können, so, ne. Ähm, es gab rote Flaggen, ja, also, trotzdem finde ich, ich sag mal, alles so in Richtung sechs, sieben, acht Monate ist völlig okay, man muss Menschen daten und das ist, trotzdem ist ein Zwischenschritt, also irgendwann wirst du es nach zwei Wochen raushaben, spätestens oder schon auf dem ersten Date, also da kann man hinkommen, aber ist jetzt kein Drama, finde ich, ne, ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr, also von daher, äh, schon alles okay. Ähm, vor zwei Wochen oder, ach so, es gab rote Flaggen vor zwei Wochen, gut, das ist natürlich was anderes, so. Nun hat er sich gemeldet aus, äh, jetzt hört euch das mal an, das ist wirklich, das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Jetzt hat er sich gemeldet aus der Not heraus, da seine Unterkunft auf einer Insel storniert worden war. Ist das, äh, kommt, ist bei euch schon mal irgendwann ein Hotel storniert worden, was ihr gebucht habt? Sowas kommt fucking einfach nicht vor, also, ich weiß mal, man will immer nicht, äh, also ich will ja niemals was unterstellen, aber jetzt auch wegen dem, was danach kommt, sag ich mal, ja, manche Menschen lügen einfach von morgens bis abends, äh, es ist, äh, ich bin sicher, also ich persönlich bin sicher, dass es eine Lüge ist. Vor allen Dingen bei dem, was danach kommt, wir hören mal weiter. Also, bei mir hat, mich hat noch nie ein Hotel storniert, wenn man ein Hotel gebucht ist, ist es gebucht, warum sollst du dich stornieren, weil du, äh, weil du so ein cooler Typ bist oder weil du eine Mütze auf hast, oder warum sollst du dich stornieren, das macht keinen fucking Sinn, ne? Ähm, so, und ich eine Freundin habe, die dort ein Haus hat, ahhh, Manipulation, ich hör dir trapsen, so ein Zufall, ich bin in einer Notsituation. Und das, äh, Hotel, was ich nie gebucht habe und was mir eigentlich viel zu teuer ist, ähm, das, äh, hat es nie gegeben und ich möchte eine Naditschkola, die hat doch, äh, wir sind zwar getrennt, aber, äh, sie steht ja in meinem schwarzen Notitbuch, warum soll ich Naditschkola nicht nicht fragen und sie noch weiter ausnutzen, wo sie doch immer so nett war, ähm, und dann mir noch irgendwie eine Übernachtung hier aus dem Kreuz leiern. Das ist so der Humor von so Minuspolen, das, äh, das feiere ich richtig. Ja, äh, also gut, ach, das ist wieder so bodenlos, Leute, äh, so, er hat mir erzählt, dass er ein paar Tage dort mit einem Freund, der Typ, der sich nicht festlegen kann und wahrscheinlich Tinder durchspielen will, mit einem Freund, der Freund natürlich, Urlaub macht. Äh, das war ja geplant und dann waren wir noch zusammen. Boah. Gut, da wollen wir jetzt mal nicht drüber nachdenken. Weiter, okay. Ähm, nun ist er in dem Haus meiner Freundin, da ich den Kontakt hergestellt habe. Warum? Warum? Wo steht das in meinen Kursen, dass ihr noch weiter irgendwie ein Hotelzimmer besuchen, also eine Übernachtung für Leute, die ihr eh nicht mehr wollt, so, ne? Äh, so, du bist jetzt vielleicht ein bisschen im, weiß ich nicht, Liebeskummer, was weiß ich. Er hat nicht das, ähm, gemacht, was du wolltest, irgendwie, und ich verstehe jetzt jetzt, also, es hat rote Flaggen gegeben, wir wissen jetzt nicht, was es war, aber ich vermute mal, es war irgendwas gravierendes, irgendwie. Und dann kommt er an, äh, hast du noch, hier hast du auch wahrscheinlich Sylt, irgendwie, weiß ich nicht, äh, hast du noch ein Hotelzimmer für mich, du hast doch deine Freundin. Kann ich da nicht mit meinem ganzen Haaren übernachten, irgendwie, so, äh, ja, nee. Äh, also, das ist wo, also, ich kann das auch total verstehen, ich bin auch, ich hab da, äh, kann man sich vielleicht jetzt nicht mehr vorstellen, aber ewig mit zu tun gehabt, dieses immer zu nett sein, aber man wird nicht gefeiert dafür, die nicht netten Menschen, die sahen ab, jetzt sag ich nicht, ihr sollt nicht nett sein, weil ich, äh, finde, also, die Welt braucht eigentlich mehr nett sein, aber guckt euch doch mal, wer, äh, ganz oben steht bei uns in der Welt, das sind nicht die netten Menschen, so, ne, also, das kann ich euch sagen, so, ne, ähm, und, äh, also, von daher, nee, also, es hat rote Flaggen gegeben und, äh, ihr seid getrennt und du lässt doch deinen Ex nicht bei deiner Freundin wohnen, ne, und das ist diese, was ich bei ganz vielen, das sag ich fast in jedem Gespräch, werde härter, werde kälter, werde wirklich gegen den Exen kalt wie so eine Eisblock, ne, ähm, das ist auch übrigens, wenn wir gleich Richtung Wut kommen, äh, eine Bewältigungsstrategie, so, äh, aber das Beste kommt jetzt natürlich noch, ne, jetzt haben wir was über den, den, maskulinum, den Freund, so, also, er ist in dem Haus meiner Freundin, der ich den Kontakt hergestaltet habe, mit seiner besten Freundin, so, das sind wir schon bei Feminin, ah, jetzt ist eine Freundin, und ist natürlich die beste Freundin, ist nicht die Freundin, die wir die ganze Nacht durchrummeln, es ist die beste Freundin, oh je, so, das habe meiner Sicht haben wir, ähm, zur Wut kommen wir gleich jetzt nochmal, haben wir jetzt folgende Punkte hier, du warst einfach, äh, zu wenig, wieder zu wenig Grenzen, also man muss das üben, ich finde das überhaupt nicht schlimm, so, ne, du meinst, du hast dich schon getrennt, aber es ist wieder zu wenig Grenzen, auch nach der Trennung, so, ne, du weißt, wir sind getrennt, du willst hier, äh, irgendwie noch ein umsonstes Zimmer absahnen, nee, hab ich keinen Bock drauf, äh, warum nicht, weil, also, natürlich, mit deiner, äh, irgendwelchen langjährigen Freundin kannst du das natürlich machen, ne, also, aber warum, weil du jede, also, gerade wenn es schon ein Red Flag gabst, jede Chance zu weiteren Verwicklungen möchtest du vermeiden, und deswegen setzt du Grenzen, auch wenn du nicht weißt, äh, was könnte daraus werden, äh, du willst bei meiner Freundin achten, nee, am Arsch, da gibt keinen Bock drauf, ey, wir sind getrennt, ne, lass mal, wer weiß, was da passiert, wie da so, so eine Haltung, und, ähm, und alles andere, ähm, äh, jetzt kann man sagen, äh, also, ich will jetzt nicht drüber fantasieren, ob er das von Anfang an geplant hat, als er sogar noch zusammen war, also, dazu weiß ich jetzt zu wenig, äh, vielleicht ist die, der, der Freund von, durch die Freundinnen ausgetauscht worden, das kann natürlich sein, ähm, aber, äh, äh, es ist fucking grenzüberschreitend, was er da macht, ne, sowas macht man einfach nicht, ne, also, das ist aber, das ist immer das Problem, dass man dann viele Menschen, man kann es sich jetzt immer nicht vorstellen, und das macht einen dann so wütend, dass viele Menschen sind, äh, fucking unempathisches Todes, irgendwie kann man sowas von dir verlangen, so, ne, und dich auch noch so manipulieren, das ist einfach ekelhaft, so, und das macht wiederum die Wut, ne, wie kann, wie kann der sich so verhalten, aber Menschen sind oft so, ja, ich kann es nicht ändern, und man muss damit rechnen, ne, so, gerade wenn man die vielleicht online gedatet hat, und was weiß ich, ähm, so, ich ärgere mich so sehr, dass ich in meinem Körper mein Vertrauen geschenkt habe, ja, es waren nur sechs Monate, und das muss jetzt nicht von vornherein geplant werden, so, ich bin außer mir, außerdem habe ich das Gefühl, dass es die Wut rauskommt, ja, also jetzt haben wir, jetzt kommen wir mal zu Wut, Wut ist, äh, hängt auch viel damit zusammen, mit bestimmten Glaubenssätzen, das haben viele gar nichts da drauf, viele denken so, es passiert irgendwas, und ich werde wütend, da ist nichts dazwischen, aber da ist was dazwischen, da sind Gedanken, Glaubenssätze dazwischen, das ist immer so der erste Tipp, ähm, wie kann man sich angucken, also zum Beispiel könnte ein Glaubenssatz sein, jemand darf sich nicht so verhalten, das darf mir nicht passieren, ähm, äh, es kann auch eine, äh, also das ist das Erste, wo ich immer gucken würde, so, ne, dann kann es sein, äh, viele, die zu nett sind, äh, der irgendwann rauskommt, ja, und das ist, es kann ein Zeichen sein, dass, äh, dass du zu wenig Grenzen setzt, weil zu wenig Grenzen setzen führt zu so einem Wutkonto, weil man immer denkt, so, irgendwann muss das doch mal, also du denkst jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was in deinem Kopf vorgeht, aber es könnte sein, ich habe mich doch immer ordentlich verhalten, wie kann der jetzt so eine, so eine Manipulationsnummer abziehen, ähm, also natürlich ist da auch ein Stück völlig verständliche Wut, aber es ist auch so ein bisschen ein Hinweis vom Universum, dass du vielleicht, äh, also vielleicht wäre vielleicht auch People-Pleaser-Kurs was, also vielleicht so sehr als People-Pleaser durchs Gegengehen, das erzeugt unglaubliche Wut, viele People-Pleaser sind unglaublich wütend, weil sie das Gefühl haben, sie geben immer rein, geben immer rein und kriegen nichts raus, äh, und das ist ja auch scheiße, ne, aber da muss man auch mal aufhören, immer mehr reinzugeben, so, ne, aber mein Gott, dass du jetzt mit dem Bettsport hattest, ja, das gehört halt dazu, jetzt, das ist, und das ist vielleicht der, der dritte Tipp, ähm, gib in solche, gerade sind so krasse Minus-Pole, wie das hier so aussieht, gib da keine Energie rein, also wirklich, das ist das Beste, ich habe auch neulich wieder jemanden gehabt, der, ähm, hatte Sessions bei mir und, äh, da ging es auch um so, um so eine Ex-Geschichte mit so Grenzüberschreitungen und dann so Gerichtsverfahren und was weiß ich und die hat mir auch gesagt, da habe ich auch, also ich habe dir ja gesagt, sei wie so ein Eisklotz, auch vor, vor Gericht, ne, nur Fakten, nicht provozieren lassen, nicht wütend werden, das kann man üben, äh, ist es schwer, vor allem, wenn man vorher, äh, so vielleicht, das sind alles Fantasien, jetzt People-Pleaser, wenn sie unterwegs war, äh, das kannst du alles üben, aber das bringt den meisten Impact, weil du nicht noch mehr, also je mehr Emotionen du hast, umso mehr Energie gibst du diesem Typen wieder, so, ne, aber so kalt wie so ein, ähm, Eisklotz und auch jetzt nicht ihn anrufen und sagen, wie kannst du nur, wie kannst du nur, sondern einfach lernen, lernen, also nicht reagieren, sondern beobachten, ne, nicht reagieren, sondern beobachten, ah, ich habe wieder nicht genug Grenzen gezogen, das nächste Mal passiert sowas, am Arsch gebe ich irgendjemand die Nummer, äh, von meiner Freundin, es wird nicht passieren, so, ne, und, äh, einfach rausziehen, lernen und, äh, ab, dieser Typ ist tot, der ist tot, der ist mausetot für dich, das gibt den nicht mehr, ne, das ist, äh, und wenn man sich das, das ist genau wie mit Liebeskummer, wenn man sich das so richtig klar macht, äh, verringert das diese Gefühle, auch von Wut, so, ne, das, aber wenn du jetzt denkst, was, was, wie kann der nur, wie, du kannst dich da immer weiter reinsteigen und dann ist vielleicht, ich sag jetzt auch ganz bewusst nicht in den Wald gehen und, und, äh, auf einen Baum einhacken oder so, erst mal kann der einen Baumix dafür und das kann Wut sogar noch verschlimmern, so, ne, ich sag dir, boah, der Typ, der hat nicht mal meine Wut verdient, der ist, der ist einfach, der ist tot, der ist mausetot für mich, ne, also, übertragen im Sinne, ne, verstehe das schon, ähm, andererseits habe ich das Gefühl, dass die Wut rauskommt, ich hatte schon, äh, Depressionen, äh, da ist die Wut nach innen gegangen, ja, das ist ja so eine, äh, gegen die tiefenpsychologische Theorie, das, äh, von der ich eine Menge halte, ähm, äh, aber gut, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen hier, das musst du da vor Ort klären, also, hast ja wahrscheinlich schon, äh, das Wut nach innen gerichtete, also gegen sich selber gerichtete, äh, Depressionen nach innen gerichtete Wut ist. Es ist interessant, da ich mit Kindern arbeite und auch heute noch gespürt habe, wie schwierig das ist, für sie mit der Wut umzugehen, ja, also Kinder, gut, lassen wir mal so. Könntest du ein Video darüber machen, wie man mit Wut umgehen kann, ich merke, es ist auch noch zusätzlich eine alte Wut, weil du, also, vielleicht, könnte ich mir vorstellen, schon für einen Peelbleaser-Kurs, was, weil du wahrscheinlich, äh, das ist auch echt schwer abzustellen, eine Historie hast von immer zu nett sein und das ist, ist ja auch, wenn man so einen Charakter hat, man kann das auch nicht komplett umstellen, aber du kannst kälter werden, du kannst, außer bei Leuten, die es verdient haben, da bist du natürlich warm, ne, aber ansonsten, ähm, ja, ich habe früher auch mal gedacht, warum sind nicht alle Leute netter und so und die meisten Leute sind ja auch nett, so im Alltag, ne, aber, ähm, die Frage ist eigentlich mehr, warum haben Leute so wenig Grenzen, also mit guten Grenzen kannst du auch nett sein, ne, aber, äh, und wie gesagt, es ist toll, dass du die Kurse machst und ich weiß, das ist auch ein Prozess, also das ist aber genau, das jetzt wieder, also du hast jetzt schon Erfolg wahrscheinlich gehabt, weil du früher gegangen bist und es auch nicht so viel passiert, aber jetzt stellst du fest, ey, das war wieder so eine Pflaume und das ist der Prozess, aber du hast jetzt den Erfolg, du bist früher raus irgendwie, ne, und du hast den, ähm, und jetzt hast du wieder, äh, wir lernen ja die ganze Zeit im Leben, es hört doch nie auf, ne, du wirst nie ankommen, ne, jetzt hast du wieder ein Learning, ah, ich hatte wieder zu wenig Grenzen und, oh, ich bin wieder in so eine, da ist wieder so eine Pflaume, äh, in der ich jetzt so eine, so eine Emotionalität gegangen bin, weißt du, Wut ist auch eine Emotion wie Liebeskummer und Vermissen, ist alles Energie, die ihr eurem Ex gebt, hört mit dem Scheiß auf, der hat keinen fucking Jota, deiner Energie verdienter Typ, ne, und, ähm, so ist das, und das sozusagen, dass der jetzt bei deiner Freundin ist, ähm, ist wieder, dass zu wenig Grenzen, also du hast ihn wieder in dein Leben reingelassen irgendwo, ne, ja, und, äh, aber es kann alles passieren, mein Gott, es ist alles so menschlich, ne, also ich sind einfach nur Tipps, ne, und ein vierter Hinweis, lass jetzt nicht deine Fantasie freien Raum laufen lassen, es muss weder vorher geplant worden sein, äh, es muss es nicht, ne, also wir denken jetzt alle, ja klar, es hat ja alles, aber wir wissen es nicht, also es kann sein, dass diese Person ausgetauscht worden ist, aber das versuchst du nicht rauszukriegen, du kommunizierst nicht mit dem, es kann auch sein, dass es wirklich die beste Freundin ist, ich glaub's persönlich nicht, äh, also halte ich für absolut, aber es spielt keine Rolle, das ist, was ich auch immer wieder sage, ähm, hab ja diesen Flex, äh, ich hab wirklich so einen ganz dunklen Flex, dass ich mir immer so Content angucke auf TikTok und so von Leuten, die glauben, dass die Erde flach ist, das fasziniert mich so, das ist das Gleiche, da ist die Erde eben flach, ist mir scheißegal, ist sie rund, ist sie flach, äh, hat die Mondlandung stattgefunden, interessiert mich nicht, so, und genau so, und so eine Haltung, also, ist uninteressant, ist so scheißegal, also, genau so eine Haltung, äh, hast du hier, ist es die beste Freundin oder nicht, ist mir fucking egal, der Typ ist raus, ne, ich, äh, so, und überlege mir lieber nochmal mehr in Zukunft, wenn ich an mich ranlasse, wenn ich in meinen Energie, also das ist natürlich schon, aber, ja, Dating geht meist mit Bettsport einher und, äh, wenn man auseinander geht, ärgert man sich, dass man mit dem Menschen Bettsport hat, aber das, das, das bringt nichts in dem Moment, wo du, also, das ist auch noch so ein, wie gesagt, der letzte Tipp, wo du diese Entscheidung getroffen hast, mit dem zu schlafen, war es ja für dich die richtige Entscheidung, von insofern ist Wut auch wieder so ein Hadern mit der Vergangenheit, das ist genauso sinnlos, wie, äh, werde ich auch bald nochmal ein Video drüber machen, sich immer über die Zukunft sorgen, ne, was könnte passieren, was könnte passieren, das ist total menschlich, unser Gehirn ist auch so aufgebaut, aber es bringt dir nichts, genauso wenig bringt dir Hadern was, wird, das wird in der Tiefe auch nochmal erklärt in meinem Glückskurs, ähm, genau, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen, wollte nur mal sagen, ich habe auch, es hat, weil es gerade mal wieder gebucht worden ist, so ein Paket von allen meinen Kursen, für, ähm, unter 1000 Euro, ähm, da hat sich das vielleicht viel an, aber ich glaube, es sind 25 oder ich weiß nicht, wie viele Kurse und es ist, glaube ich, unter der Hälfte von dem, was die Kurse kosten, wenn du sie einzeln kaufst, also, wenn ihr sowieso schon denkt, Mensch, geile Arbeit, bei Emschenmeyer, da gibt's, äh, das große Kombi-Paket auch mit den Mentale Kursen, also macht die verschiedenen Kurse und seid streng und kühler und wir sehen uns bald wieder, ciao, lieben.